Zack. Puh. Oh yeah. Komm. Nein. So. Okay. Da sehe ich jetzt die ganzen. Aha. 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 Okay. Warum holen wir uns mal? Nein. Ja. Glück oder? Oh ja. Die holen wir uns jetzt mal auch. Die sind mal... Nein. Daneben geklickt. Achso das sind Handelsposten. Okay brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ein paar bauen und da kann ich noch ein paar bauen. Ja. Du 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 du. Hui. Brauche ich sehr sehr viel Gold. Gut. Ah brauche ich jetzt noch nichts. So. 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 Dann laufen wir mal davor. Damit schießen wir die. Dürfen sie sterben. Ja. Damit türen wir den. Oh. Die türen wir jetzt damit. Die türen wir damit. Und ich hab meinen Zauberspruch vergessen. Hm. Geil. Okay. Und eine Rubinmine. So. Somit bewege ich mich jetzt mal wieder langsam nach unten. Yeah. Höhe die Moral. Einige Trolle. Schade können wir noch nichts. Und. Magier sind auf jeden Fall wichtig zu bauen. Und ein paar mehr Halblänge. Dann haben wir es auch schon. So. Dann bauen wir mit der auch mal ein paar Vögel. Eber. Und runter zu Bock. So. Ähm. Dann machen wir die an. Dann mal los ihr Eber. Auf geht's in den Kopf. So. So. Damit türen wir mal. Die da. Oh. Ein bisschen Glück. Da. So. Und dann türen wir auch gleich die da. Dann schnappen wir uns die da unten. Dann schnappen wir uns noch die da. Oral. Und nochmal. So. Und bamm. Und tot. So. So. Das nehmen wir uns mal. Okay. So. Das nehmen wir uns mal. Okay. Krieg. Im BET! So. So. holen uns mal die, holen uns mal die und holen uns mal die. Da noch mal was. Nichts mehr. Da noch mal was. Da noch mal was. Und da noch mal was. So. Hier haben wir schon aufgeräumt, oder? Ah, fast. Wir holen uns mal die Bogenschützen. Oh, da ist ein Gegner. So. Ah, da kann doch echt viel laufen. Hm. Und da unten. Zack. Und drauf. Ja, Mann. Glück. Boom. So. Und drauf. Tot. Boah. Bam. So. Zack. Äh, achso. Ich kann mir gar keine Luftleute wieder wecken, sondern... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich hab ja gedacht, der Heilungsbruch bringt was anderes. Oh, ganz schön. Zu lange ist es her. So. Jetzt haben wir halt keine Halblinge. Boah. Haben wir schon recht viel verloren. Boah. Oh. 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 Ah, das sollen wir jetzt mal nicht wagen, glaube ich. Viele Mumien. Ich glaub mit dem geh ich erstmal wieder runter, ich hab mit dem nicht mehr allzu viel. So, los gehts Ewa. Und drauf. Ja meine Vögel, pickt in die Augen aus. Zack. Boom. So, ich hab schon unten eingreifen sollen. Verdammt. Egal. So, die Hammer. Wo ist hier denn den Schaden, den Ferneangriff erinnern? Ja, das brauchen wir jetzt grad. Okay, holen wir uns jetzt als nächstes. So. So. Vom Beobachterturm aus können Sie Fernelinnereien sehen. Aha, da kann ich mit uns ein bisschen GoldvorkommLL klauen. Okay, wir gehen uns mit dem doch mal da lang. So, da waren gerade zwei von denen, wo waren denn die, das Wolf, hier eine Menge, mehrere viele, wenige, wenige. Los, viele Lichts, woher kommt der auf einmal? So. 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 So, runter mit dem. Wollen wir das mal ein bisschen tauschen? Dann geh ich in die Großoffensive. So. 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 Puh, jetzt steht der Pil... Oh nein, jetzt habe ich mich selber in den Weg gestellt, ey. Die Halblinge, die da, die da nehmen wir jetzt noch mit. Die auch. So. Komm, da kriegt ihr die Gaule einmal mehr. Ja. Los geht's. Hey, jetzt haut der Pisser ab. Du kommst hier nicht weg. Ich werde dich kriegen, sonst nehme ich mal deine Goldmine. Ist mir auch egal. Wenn du weitaus mehr Gold... Und das mit das hier mit. So. Davon. 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 So. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. So, dann kann ich mit dem auch schon wieder weiterziehen. Versuch's mal mit dem in die Richtung. So. Stop. So, viele. Hoi, 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 hoi. So. Erstmal schön dich zu mir mit meinen Fernkampfeinheiten. Und töten. Zack. Ah. So, los geht's, Eber. So. Ist tot. Gut. Drauflegen. So. 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 ein einfacher Kampf. So. 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 Oh, das ist ein lustreicher Kampf. Zack. Komm, sterbts. So. Huuu. Hoi, da haben wir jetzt aber recht viel verloren. Hat sich jetzt nicht ganz so gelohnt. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Mhm. Mhm. So. So, das. Nein! Nein! Los geht's! Ah, dürft mal geschaffen. So. Ah. Ah, zack, tot. Zack, tot. So. Njam, 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 njam. Oh, Todesfleisch. Njam, 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 njam. Zack. Zack. Njam, 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 njam. Schwein gegen The Walking Dead. Schwein wins. So, ist er nie tot. Oha! So, ich hab schon. Klack! Ah ja, es geht. Sie haben eine gegnerische Artifache, Robot. Kinetischer Anhänger. Der leide Tapferkeit. Komm, die Hummel ist auch noch. So, Blitzstrahl. So, zurück damit. Ich kann recht weit laufen. Beziehung. 13 Magier sind halt schon heftig. So, Vogel gegen Wolf. Haha. Zack. Hab 72 Halbling auch. Steck. Ja. Check. Zack. Alter! Stirbt! Nur von dem Agier, ihr Pisser. So. 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 Wo ist denn der Pisser?